hallo meine lieben ich muss mal was loswerden und zwar ich habe dinge gesehen die auf dieser welt geschehen schlimmer als ich jemals gedacht hätte ich kann noch nicht mal darüber reden so schlimm ist es und ihr wisst ich redet sonst über alles ein bisschen pasta von sich auf